1. Schwanger-Pick, Sila Sahin zeigt ihre kleine Barbie-Kugel Wenn das keine gekonnte Schwanger-Pose ist! Sila Sahin, 32, überraschte ihre Fans gerade mit einer zuckersüßen Nachricht, die Schauspielerin erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Samuel Ratlinger, 25, ihr erstes Kind. Schon im Juli wird der Nachwuchs das Liebesglück der beiden perfekt machen. Bisher versteckte die TV-Darstellerin ihre Schwangerschaftsrundungen geschickt vor den neugierigen Augen ihrer Follower. Doch auf dem neuesten Bild lässt sich das Mini-Bäuchlein deutlich erkennen. In ihrer neuen Wahlheimat Norwegen posiert auf Instagram vor einer traumhaften Schneekulisse. Doch ihre Follower begeistern sich weniger für die märchenhafte Winterlandschaft, als für die Wölbung in der Körpermitte der ehemaligen GZSZ-Darstellerin. Ihr kleiner Barbie-Bauch verschafft sich unter dem blauen Pullover nämlich munter Platz. Obwohl Community sich vor lauter Glückwünschen regelrecht überschlägt, schweigt sie auch weiterhin über ihre Schwangerschaft. Doch ihr verschmitztes Lächeln auf dem Foto macht deutlich, die 32-Jährige ist überglücklich über den Familienzuwachs. Und vielleicht beglückt sie ihre Fans in den kommenden Wochen ja auch noch mit weiteren Barbie-Bauch-Picks. Untertitelung des ZDF für funk, 2017